Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Unboxing und zwar geht es um die Pinkbox. Und wenn du Bock drauf hast, mir zusammen reinzuschauen, ist das nicht schön? Dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Offensichtlich ist er mir auch schon ganz aufgeregt. Kann das wohl sein? Es ist die Pinkbox, die im monatlichen Abo erscheint. Das ist eine Beautybox mit 5 Beauty-Produkten und die kostet ab 13,45 Euro pro Box. Schaut auf jeden Fall meine Infobox rein, da habe ich euch das reingesetzt. Und ja, geiles Motto, oder? Golden 20s. Das finde ich richtig hübsch. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Pinkbox-Team. Da es da gerade ein paar Umstrukturierungen gibt, ist leider nicht die Möglichkeit gegeben, eine Verlosung zu machen. Das heißt, ich kann euch leider keine Pinkbox verlosen, aber ich verlose euch einfach mal eine selbst zusammengestellte Beautybox. Und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Mir fehlen die Worte. Also ich bin bei diesem Design so geflasht. Ich mag die 20er. Ich mag es, wie die Frauen da sich auch gestylt haben und wie opulent das Ganze dann immer rüberkam. Ich mag es auch, dass dieses, dass die Männer auch immer so schick aussahen. Meine Herren sahen ja schick aus, oder? Wahnsinn. Also da gucke ich auch gerne mir so, ja, alte Bilder an, ne, von, von, wenn da halt, gibt's ja auch schön im Internet. Mag ich gerne. Also richtig, richtig hübsch. Und wir haben die Pinkbox dieses Mal in einem Special Design. Sonst kommt die halt in einem pinken Design. Das Format ist aber das Identische. Und, äh, ich zeige euch einfach mal, was neben der Box auch in dem Karton mit drin gelegen hat. Und zwar war das ein Shampoo, äh, das passt nämlich safe nicht in die Box rein, von John Frieda Volume Lift. Nicht beschwerendes Shampoo, sanfte Reinigung für natürliches Volumen und Schwung, ohne zu beschweren. Das hatte ich schon mal in klein. Das sind ja 250 Milliliter. Und, äh, ich fand das gut. Ich mag John Frieda Produkte einfach richtig gerne, weil die, meine Haare, die vertragen das auch einfach echt gut. Und ja, für feines und plattes Haar safe habe ich. Kann ich gut gebrauchen. Richtig klasse. Und wird dann sehr, sehr bald in Anwendung genommen. Und werde ich dann im Aufgebraucht-Video, äh, berichten können, wie es so war. Dann haben wir hier auch noch Extend Your Taste 50% Rabatt, äh, mit dabei auf die erste Box. Und zwar geht es hier um Foodist. Also Foodist gehört auch wohl zu der Metacrew mit dazu, so wie ich das verstanden habe. Und ich habe euch ja zum Beispiel auch einen Foodist Adventskalender geanboxt, angeboxt, geöffnet. Den ich aber selber bezahlt habe. Äh, kann ich euch auch mal verlinken. Und, ne, da sind so ein paar Sachen aufgeführt. Mit Freddy's Flowers. Die sehe ich, glaube ich, immer bei der Unbox Butterfly Nicole. Da ist hier auch noch mit Pinkbox. Eins, kannst du 30 Euro sparen. Finde ich auch klasse. Ich gucke mal, ob ich euch dazu auch mal einen Link in die Infobox setzen kann. Ist ja auch ganz cool. Und passend HelloFresh. Also irgendwie, ne, die Flyer passen zu mir ziemlich gut. Oder ich habe mich mittlerweile schon ziemlich krass von diesen ganzen Flyern inspirieren lassen. Ähm, ein HelloFresh 60 Euro Gutschein. Genau, wir sind ja auch HelloFresh-Kunde. Also mein Freund hat die vor, ich glaube mittlerweile zwei Jahren oder so, abonniert. Und wir bekommen halt jede Woche dann drei Gerichte für vier Personen, die wir dann immer kochen. Und uns macht das sehr, sehr viel Freude. Und, jo, tut uns einfach gut. So, jetzt kommen wir mal endlich zur Box, wa? Hm, wird auch mal Zeit. Hier haben wir ein Seidenschleifchen. Und wie immer sind hier auch übrigens Timestamps. Da kannst du weiterhüpfen. Ähm, genau. Weil ich rede in diesem Video. Man hätte es echt nicht anders erwarten können. Wir haben hier einen Klebi, der passend zu dem Boxendesign ist, was ich hübsch finde. Der hält das Seidenpapier hier zusammen. Und meistens haben wir hier halt auch Produkte drin, die ein bisschen größer sind. Und die du dir auch einfach in der Drogerie oder so nachkaufen kannst. Das heißt, nicht so super hoch vom Wert her, aber der Inhalt ist durchaus brauchbar. Und hier haben wir dann den Flyer drin. Da gucken wir gleich mal, was die Boxenpacker sich gedacht haben. Hier sehen wir den Inhalt. Oh mein Gott, ich sehe jetzt schon geile Sachen hier drin. Der wahnsinnige Tüten. Oder in der Box. Und hier sind auch noch ganz viele herbsthafte Rabatte drin. Jo, ne? Ist auch ganz nice. So, the golden twenties. Was denkt man sich bei dem Motto? Ich sehe schon auf der ersten Seite dekorative Kosmetik. Ah, okay. Wenn die Pinkbox goldene Momente schafft. Punkt. Liebe Pink Lady, ob Roaring Twenties, Année Voll, 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 spricht man das so aus? Oder die goldenen Zwanziger, goldenen Zwanziger. Alles steht für eine Zeit, in der nicht nur die Wirtschaft glühte, sondern auch die Tanzbeine. Sie befriedigte das starke Bedürfnis nach einem Alltag voller Unterhaltung und Entspannung. Hätte es damals schon die Pinkbox gegeben, wäre sie gold gewesen. Keine andere Farbe hätte diese Jahre geprägt von Party und Glamour, Dekadenz und Zügellosigkeit besser repräsentieren können. Achso. Andere Betonung wäre sinnvoll gewesen. Keine andere Farbe hätte diese Jahre geprägt von Party und Glamour, Dekadenz und Zügellosigkeit besser repräsentieren können. Das wäre richtig gewesen. 100 Jahre später, safe 100 Jahre später, holen wir das nach. Mit der Pinkbox Golden Twenties machen wir die Jahre greifbar, die bis heute Menschen aller Generationen anziehen. Vom glamourösen Make-up über ein grandioses Goodie bis hin zum sinnlichen Duft. In ihr steckt alles, was du brauchst, um das Twenties-Feeling hautnah zu erleben, während nebenbei Babylon Berlin oder The Great Gatsby auf der Mattscheibe flimmert. Ja, da sieht man halt so richtig hart, wie das damals abging. Geil. Let's drive in dein Pinkbox-Team. Richtig schön. Hier sind die Produkte aufgeführt. Da bin ich auch sehr gespannt. Werde Teil der Pinkbox-Community. Unten Infobox, weiß du Bescheid. Look like a lady, Twenties-Style. Das finde ich auch schön, ne? Ich glaube, das müsste ich wirklich mal auch so nachstylen. Ich liebe es. Diese Walle-Walle, nicht Walle-Walle-Kleidheit, sondern mit diesen, ja halt dieses hier, ne? Dass da so Fäden unten dran sind und kurz und sexy und, ah, starke Frauen mag ich. Okay, in die Box reingucken, macht Spaß. Hier haben wir drin von Kia T-London, den die feiner Leiner Mensch, den hatte ich doch schon so oft mit drin. Smudge-Proof. Ja, cruelty-free und vegan. Der kommt in mein Fullface-Beautybox mit rein. Was soll der Falschgeiz, ne? Ja, also wie gesagt, den habe ich schon da, packe ich dann einfach in meine Kiste. Da sammle ich nämlich dann immer einen Monat lang, was so in Beauty-Boxen drin war, was man dann halt so aufs Gesicht bringen kann. Da müsste jetzt, hier ist mir gerade auch eins online gekommen sein. Ja, und das ist die Farbe Starburst oder so. Müsste das sein. Steht jetzt hier nicht drauf. Aber wird das wohl sein? Genau. Das ist einfach ein Eyeliner. Den kann man sich in die Wasserlinie geben oder halt als Eyeliner oder als Eyeliner-Verstärkung oder sonst irgendwas. Das ist so hochdrehbar, hat hier einen Anspitzer hinten auch mit drin, wenn du die Kappe abziehst. Das ist ganz cool, ne? Also kann man auf jeden Fall gebrauchen, wenn man Kajalstifte verwendet. Genau, so kann man es definieren. Und dann habe ich hier von Miro ein Duft mit dabei. Mysteria Femme. Ein Eau de Parfum Natural Spray. 50ml. Ja, Mensch. Soll ich das mal sprühen? Komm, wir gucken uns das mal an. Denn eigentlich sage ich immer, dass ich genug Parfums habe mittlerweile und eigentlich nicht mehr Parfums aus Beautyboxen behalten möchte. Da sind aber so viele geile Düfte mittlerweile mit dabei, da kannst du einfach nicht widerstehen. Also auf jeden Fall sieht das Ganze aus wie alle Miro Parfums. Die sind jetzt nicht so super teuer, aber das ist ja nicht schlimm. Aber das riecht hier schon direkt so ein bisschen floral geil. Der Sprühstoß ist schön. Erinnert mich sehr ans Alien, Leute. Mega. Oh, das ist Alien. Krass. Also, ne? Ein Alien Dupe habe ich schon. Das heißt, den hier werde ich dann einer Freundin schenken. Da weiß ich auch schon ganz genau, wem ich das schenken werde. Die wird sich da hart drüber freuen. Und ja, ist ein Alien Dupe. Kann man nicht anders sagen. Das riecht doch genau so. Ja, interessant. Interessant, was das nicht alle gibt mittlerweile auf der Welt. Hätte man da auch andere Düfte drin haben können? Ne, doch. Von Nihan, Queens United, hätte auch drin sein können. Okay, ja. Aber, also das finde ich auf jeden Fall vom Duft her sehr ansprechend. Und von den Shampoos, da hätte man auch Regenschirmhaarspray drin haben können. Oder Midnight Brunette, ein Conditioner von John Frieda. Da bin ich ganz froh, dass ich tatsächlich auch was drin habe, was jetzt nicht für brünette Haare geeignet ist. Weil Madame ist blunt. So, dann hätten wir hier, also prall gefüllte Box. Also die Opulenz lässt grüßen, ne? Kiss. Bring the salon home. Magnetic Eyeliner. Das kommt jetzt wohlfällig Beautyboxen mit rein, Leute. Weil das will ich mal ausprobieren. Äh, ja. Okay. Ich bin ein bisschen überwältigt, dass ich das gerade wirklich gesagt habe. Äh, ja. Okay. 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 Hilfe. Äh, ja. Weil ich bin eigentlich kein Fan von künstlichen Wimpern. Aber das mit diesem magnetischen Eyeliner. Wollte ich immer schon mal ausprobieren. Ne? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. Das finde ich sehr spektakulär. Äh, dermatologisch getestet. B7. Biotin infused formula mit Biotin extra pflegend. Ist doch schön, ne? Fünf Magnete hast du da mit dabei. Und die sehen schön aus, die Wimpern. Ja. Starke Halt. Wird ausprobiert, Leute. Tee. Ja. Äh, dann habe ich hier etwas mit dabei, was natürlich auch voll zur Motto passt. Ähm, von Shams Golden Glow Augengelpads. Äh, ja. Die sind halt einfach mal Gold, ne? Ich bevorzuge natürlich die, die in so Pöttchen drin sind. Da hast du dann so 60 Stück drin. Dass du dann halt für 30 Anwendungen was mit dabei hast. Aber wenn sowas in Boxen mit drin ist oder im Adventskalender oder so, dann werden die auch mal aufgebraucht. Oder ich gebe die jetzt halt so weiter in Adventskalender, ne? Das Produkt scheint auch noch vegan zu sein. Steht hier auch noch mit bei. Besonders ergeblich Premium-Qualität, Multi-Effekt, reduziert Augenringe und Schwellung, mehr Feuchtigkeit und Ausstrahlung. Die hauen aber ein ja raus. Und Alter, riecht das Parfüm geil. Ja. Wow. Das riecht echt intensiv, Leute. So, und dann habe ich hier noch, last but not least, eine Pure Nude Sunlighter Palette drin. Die wurde schon eben auf Seite 1 gespoilert. Das ist quasi das Seite 1 Girl der Pink Box diesen Monat. Wow. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt. 30 Gramm Sunlighter Reloaded. Äh, Reload ist hier die Farbbezeichnung quasi hinten drauf. Okay. Und da hast du dann, ja, das kannst du safe als Blush verwenden. Und das als Bronzertopper vielleicht. Highlighter vielleicht. Und das hier, wenn du ein bisschen dunkler bist als Blush. Vielleicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich kann die jetzt ja auch schon direkt einfach mal swatchen, dass wir uns die gemeinsam angucken. Finde ich sehr interessant, ne? Also, das wäre nämlich jetzt hier auch schon das letzte Produkt, was jetzt in der Box mit drin ist. Und wir haben hier echt, also, hammermäßig die Auswahl. Die gefällt mir definitiv. Ich mag das bei diesen Essence Vierer Paletten auch, dass die wirklich große Fähnchen haben. Du kommst hier mit einem ordentlichen Künsel auch rein. Theoretisch kannst du die auch alle vier als Highlighter verwenden. Je nachdem, wie crazy man so drauf ist. Erinnert? Also, wegen diesem Schimmer, der halt hier in dem Blush mit drin ist, erinnert mich das natürlich auch so ein bisschen an den... Ah, schlag mich tot. Wie heißt der? Milani Luminoso quasi, ne? Ja, The Golden Twenties lassen grüßen. Da kriegt man auf jeden Fall ein Strahlegesicht. Schön. Richtig schön. Und das einfach mal in der Box für 13,45, ne? Das muss man sich halt immer mal wieder so vor Augen führen. Wir haben hier ein Parfum drin, wir haben Shampoo drin, wir haben Eyeliner drin, wir haben Wimpern drin, wir haben Gelpads drin für die Augen. Wir haben hier Rampampum drin. Ne geile Box. Also das ist eine der Highlightboxen, die die Pinkbox dieses Jahr rausgehauen hat, oder? Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr Lieben, das war es jetzt hier mit mir und der Pinkbox aus dem Monat November. Hammermäßig. Hat mir sehr gefallen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!